hey ho ja wieder mal ne kleine runde wot heute ist dieses zwei jahres feier wochenende wo man fünffache erfahrungspunkte kriegt und ja ich hab grad noch ein äh wie heißt das wie heißt das bonus code genau bonus code eingegeben und hab dann hier im lager zusatzration und so ein kram bekommen die werde ich aber verkaufen weil naja wofür soll ich die auch gebrauchen haben wir sonst noch was ich nicht mehr bekommen ah guck hier ja das sind fast 300.000 weg damit da braucht mannschaftsfähigkeit so ein krempel braucht keiner ich wollte ja noch mal gucken mit den kv das war russland kv 1 hier ist er den wollte ich haben weil ich auf den is gehen will und da brauche ich noch ein bisschen kohle ja muss ich kohle machen ne fangen wir als allererstes mal mit der m12 an dann sage ich mal habe ich alles hier stimmt hier kostet auch alles die hälfte ne ja das muss ich erstmal bisschen noch so nebenbei zocken na gut m12 ich komme mal gucken welche map ja doch das ist eine gute map zum artillerieren habe ich mal einen schönen entwerb rausgemacht ne haben wir denn so schönes als gegner noch ein tiger is 3 kernavon keine ahnung wie man den ausspricht is 8 der wird tricky wie sieht es denn mit meinem ping aus nach wie üblich lachs gehe ich nach links in den wall los geht's ja geh ich aber was ist denn da hinten so schnell die art hier ach lowane franzose ok die sind immer schnell ach leute ich bin ne m12 ich bin ne alte dame bis ich da bin bin ich nicht gespottet vom was haben die schnelles ach eigentlich nix doch t32 der ist glaube ich relativ schnell ja gut ich flitze hier auch mit meinen ordentlichen 32 ach bergauf naja ist los alter dann ist schon mal klar in bewegung bleiben ach der is 8 aber von wen hat der denn einen reinbekommen na gut bleibt ruhig stehen ich denke nicht dass ich ihn treffen werde mhm t32 feuer feuer wirkungstreffer ah wieder nur so wenig damage ey was haben wir denn hier noch oder is 3 hat quenchen gekriegt ja super kommt mich natürlich wieder nicht ran kommt mich natürlich wieder nicht ran was schießt denn noch die ketten weg manno jawoll kette weg und vorher ja das war knapp so ihr ist drin ok lowe du machst das schon t32 traut sich nach vorne ja uh da könnte ich schön in die seite rein sammeln hoffe ich mal äh schießen wir einfach mal auf da oben volltreffer ja warum mach ich nur so wenig damage kann doch nicht sein oder ja die artis sind frei ach fuck so weit komm ich gar nicht hallo der war irgendwo hier muss ich ein bisschen beobachten ach ich seh schon habste das gefühl wir werden verlieren wie immer vor allen dingen weil ferdinand noch hier ist hm ach super jetzt hab ich den baum umgefahren ich idiota es acht lebt auch noch und nee ey komm ich natürlich nicht dran so so tja zauber gewib unter t28 nicht bewegen feuer ach daneben ey ich geh kaputt da ist noch ein tiger den sollte der amx aber eigentlich killen können aber nur eigentlich ne erwischt boah jetzt ist der t28 prototyp hier vorne irgendwo ach was ist das denn für ne kack match für ne für ne für ein kack match ach 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 nicht getroffen ey Verdammt, die Hacke. Ach, sauber, AMX. Oh, Löwe. Der möchte gerne rüber. Oh, scheiße. Wo ist unser AMX? Schon down? Wieso? Ja, dann geht das wieder auf in den Nahkampf. Dann müssen wir jetzt ein Ründchen als TD fundieren. Nicht getroffen, was für eine Scheiße. AMX, ich sterbe, ich sterbe. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ha. Das war's für uns. Raus hier. Fuck off. Nur mal ein Scheiß-Match, ich weiß. Ähm... Am 12... Naja, machen wir mal... Als nächstes. Dann sagen wir mal, bis denn.